Jetzt kommt eine Frau zu uns, die kann schwätzen wie ein Waschweib und sie schwätzt, wie er der Schnabel gewachsen ist. Und dass der in Karlsruhe gewachsen ist, das ist nicht zu überhören. Sie hat sehr viel zum Stadtgeburtstag zu sagen und dafür hat sie sogar ihr allerbestes Kleid angezogen. Hier ist Alexandra Gauger. Und? Na und wie? Halwei. Bei der Hitze. Aber Hauptsache schick machen, ja, also das ist ja ganz wichtig, weil wir haben doch was zu feiern. Mensch, 300 Jahre Karlsruhe. So, als uns Partner kann man nicht sachsagen, dass wir nicht feiern können, ja. 500 Veranstaltungen in 100 Tagen. Gut, da brauchst du natürlich 300 Jahre, um dich davon zu erholen, ja. Aber es wird gesungen, es wird gesungen, was das Zeug hat. Und ich habe super Hymne für euch mitgebracht. Wenn ihr irgendwie ausflippen wollt, könnt ihr das gleich machen, ja. So, Herr Dirigent, bitteschön. Es sind Tumor, trinken Tumor. Und feiern und gern tanzen, bist du'n Bahnner und zwar'n Ganze. Von allen Städten dieser Welt ist keine so wie du. Karlsruhe. Oh, 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 oh. Trotz Bauerei an jeder Stelle, ich hal' zu dir. Auf alle Fälle, du bist da, 300 Jahre, 300 Jahre. Auf alle Fälle, du bist da, 300 Jahre.